Vor genau drei Jahren, 2013, und ich habe mich mit dem jungen Mann unterhalten und dann gingen mir irgendwann die Ideen aus in den Gesprächen und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, 2013 ist ein tolles Jahr. Hat er mich angeguckt und sagt, wieso? Ich sage, naja, wir feiern 200 Jahre Wagner. Der Blick war schon mal super. Dann hat er mich original gefragt, wirklich. Äsch, gibt es die Holzofenpizza schon so lange?